In diesem Video geht es um die besten Kettensägen. Der Qualitätssieger in unserem Kettensägetest geht an die Stihl MS 170. Die MS 170 von Stihl ist ein preisgünstiges, aber dennoch leistungsstarkes Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Sie besticht ihre Nutzer durch eine einfache Bedienung dank des Kombihebels sowie mit einem sparsamen 2-Mix-Motor, der durch die Trennung von Abgas und Frischgas die Spülverluste minimiert und dadurch eine erhöhte Leistung bei gleichzeitig reduziertem Verbrauch ermöglicht. Für einen hohen Bedienkomfort sorgt das Stihl Anti-Vibration System. Bei allen Motorgeräten, die mit diesem Feature ausgestattet sind, werden an den Griffstellen die vom Motor und den Arbeitswerkzeugen erzeugten Schwingungen deutlich reduziert. Die Stihl MS 170 mit einer Schnittlänge von 30 cm ist die perfekte Motorsäge für Einsteiger, die ein handliches Gerät für das Schneiden von Brennholz und für das leichtere Arbeiten mit Holz suchen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Kettensäge aus dem Hause Stihl. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Makita DU-C353Z. Der innovative 2x18 Volt Antrieb der Akku-Kettensäge schont die Umwelt und den Geldbeutel, spendiert dabei aber volle Power. Die Kettengeschwindigkeit erreicht bis zu 20 Meter pro Sekunde. Dabei beträgt die Schnittlänge 35 cm. Die DU-C353Z ist besonders handlich und durch den Akkuantrieb komfortabel einsetzbar, sowohl im Wald als auch in anderen Umgebungen. Der Akkuantrieb bietet die Möglichkeit eines sehr geräuscharmen Einsatzes, wobei der kraftvolle Motor für sehr schnelle Schnitte entwickelt ist. Für besonders präzise Schnittarbeiten ist die Drehzahl individuell und feinfühlig regelbar. Die Akku-Kettensäge dient besonderes zum Enttasten von Hölzern und Kaminholz bis ca. 30 cm. Um stets den Überblick zu behalten, verfügt sie zudem über eine Akku-Kapazitätsanzeige. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kettensägetest ist die Einhell GLC 1825. Unendlicher Aktionsradius dank Power Exchange. Nie mehr nach Steckdosen suchen, nie mehr Ärger mit dem Verlängerungskabel. Der Leistungsstärke Lithium-Ionen-Akku sorgt für kabellose Freiheit. Im Set enthalten ist ein Schnellladegerät sowie ein 3,0 Aper-Stunden-Akku der Power Exchange-Familie. An drei LED kann bequem die Akkuladung abgelesen werden. Sowohl Kettenwechsel als auch Kettenspannung können ohne Spezialwerkzeug erledigt werden. Eine optimale Kettenspannung ist für ideale Schnittergebnisse unerlässlich. Die Kette wird während des Einsatzes vollautomatisch mit Öl versorgt. Dadurch wird eine maximale Lebensdauer von Schwert und Kette sichergestellt. Die Oregon-Kette und das Oregon-Schwert gewährleisten müheloses Sägen, ideale Schnittergebnisse und eine lange Haltbarkeit. Mühelos lässt sich die handliche Kettensäge von jedem Hobbygärtner bedienen. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für eine sichere Führung. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.